Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, äh, Sniper Lead. Ja, wie ihr seht, ich, ich, ich hatte vergessen, Aufmerksamkeit zu drücken und hab das Ding in die Luft gejagt. Ja, verdammt. Naja gut. Äh, wo wollten wir eigentlich hin? Da hinten wollten wir eigentlich mal hin, ne? Oh. Na, na, na? Irgendwo ist da doch noch einer. Was ist mir zu doof, wenn wir das Ding? Ach, ma. Ich glaub's ja. Splat. Oh, hier hinten dürfte auch noch gleich einer kommen, irgendwo. Den holen wir nochmal fix so weg. Was ist er denn? Peng. Kopfschuss, beide Beine weg. Top. So. Wollen wir nochmal hochstiefeln? Ne, wir, erstmal looten. Loot ist wichtig. Brauchen Munition. Äh. Hier. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Oh. Ah. Hä? Äh. Äh. Feinde machen Jagd. Okay. Wir setzen mal hier nochmal sicher zu einem Sprengfalle hin. Falls die denken. Nö. Falls sie nochmal hier irgendwie was durchsuchen wollen oder so. Oder langfahren, whatever. Passt das. So, jetzt lass mal hier hin. Äh. Ja. Oh, Brechstange. Brechstange voll. Hier ist auch schon alles kaputt. Okay. Mann. Wir wissen, was das andere da ist. Hot up. Ach, nur eine MP. Okay. Uh. Wir sind Feinde. Was laut den Daten von Aufklärungsbezeugen wäre dies ein passender Einstiegspunkt für die Mission. Ja. Hier muss noch irgendwo einer rumdümpeln. Na, den holen wir uns jetzt. Dürfte hier vorne ja gleich irgendwo sein, der Typ. Wir schauen mal. Loot, loot, loot. Der dürfte ja hier vorne gleich irgendwo... Hocken. Ich bin ja direkt auf den Zoo. Also, den dürften die nicht gehört haben. Den Schuss. Äh, ja. Gucken. Ist hier noch was in den Häusern drin? Nö. Und scheinend nicht. Okay. Kein Dachboden. Na gut. Gehen mal kurz rum. Gehen mal runter. Äh, was ist hier? Standort freischalten. Aha. Ja, doch das, Digga. Auch das. Haben wir denn eins vergessen? Äh, jo. Warte mal. Äh. Gucken mal. Was haben wir denn da hinten? Schönes. Hey. Ob wir das einfach mal probieren? Ob wir jetzt... Verdammt. Wir müssen irgendwie eine Position kriegen. Na gut. Holen wir die halt so. Gibt keinen Doppelkill. Irgendwann kriegen wir noch unseren Doppelkill. Mann. Wenn ich mal einen Doppelkill haben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, da war... Das gibt's jetzt wohl nicht. Hauen die ab. Donnenblitze. Alles dabei. Zack. Scheint keiner war der zu sein, ne? Oh, 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 oh. Irgendwie hat er uns doch hier gerade gesehen. Ach so. Wovon da? Ach guck mal. Da kommt noch einer angelaufen. Meine schallgelämpfte MP wieder her. Wir müssen hier irgendwo rumgeiern, die Sau. Peng, 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 peng. Noch eine? Alter. Von da hinten. Äh. Äh, da ist er ja. Ich mach das mal in einem Platz hier. Der kommt mir auch zu nahe. Der ist ja hier irgendwo. Da läuft er. Da läuft er. Guck mal, den sieht's kommen. Was sag ich. Den hast kommen sehen, ne? Den Schuss. Versteckt sich. Das ist ein geiles Versteck. Aha, da hinten. Oh. Um uns den. Pong. Komm, ich erlöse dich. Scheiße. Verdammt zu spät. Ist egal. So. Oh Gott, da kommt er. Ach, verdammt. Oh Gott. Klack. Geht doch. Mann, Mann, Mann. So. 1-MP-Munition. Hier legen wir sicherheitshalber auch nochmal eine Sprengfalle. Ist das warm. Hier machen wir auch nochmal eine Sprengfalle rein. Wie gesagt, sicher ist sicher. Und weiter geht's. Wollen wir auch nichts verpassen. So, hoch hier. Kletter, du Heini. Oh, da liegt was. Oh. Granat. Einmal nur. Wo zimmern wir das Ding denn rein? Ist da oben einer? Nö. Aha. Willst du mich... Willst du mich... Kaputt, Junge. Unter. Oh, nein. Oh, nein. Gerade da habe ich keine Sprengfalle. Machen wir das halt so. Aber wir holen so ein Doppelkill. Hehehe. Schön. Peng. Toll. Aha. Den holen wir uns auch. Dann haben wir den auch. Perfekt. Ähm. Und... Ist da noch einer? Nö. Gut. Laufen wir mal weiter. Aber Feinde machen wir ja. Naja. Passt schon. Hehehe. Gucken. Aha. Wir gehen mal auf den Turm. Torn. Mit O. Torn. Zack. Dann nehmen wir mal das hoch. Was? Was ist die? Wuh, 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 wuh. MP 44. Schall gedämpft. Das ist auch cool. Was? 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 Die ist schallgedämpft. Das geht. Peng. Der ist kaputt. So schön wie die fliegen, ne? Ohne was zu sehen. Durch die Hecke. Geil. Splash. Für euch nochmal. Peng. Hm? Muss ja hier irgendwo sein. Er sieht mich, aber ich sehe ihn nicht. Ist auch wieder geil, ne? Hab ihn. Äh. Und abfahrt. Huiiii. m gibt es mal so befinden keine Munition mp44 Teilmantel gegen unterstattet Nö, wir lassen die Teilmantel geschossen entspannlich jetzt gehen wir mal hier gucken gibt es hier irgendwas hüpf mal rüber rüber Teleminer verbannt so hoch, hoch, hoch da hinten ist er Bergbank so schauen wir mal was haben wir hier? Standard 50 Schuss Magazin ok oder das mit Standard 100 Schuss 30 Schuss ach komm ist egal, ist nicht schlimm äh ja, falls ihr es hört ich habe einen Ventilator an einfach weil es warm ist so richtig abartig warm aha richtig, richtig abartig warm beweglichkeit wir nö lassen wir mal so äh Mündung hier sind wir doch richtig eigentlich bräuchten wir einen Schalldämpfer aber den kriegen wir erst noch ne finde die gewerb Bergbank im Mission besetzt Chateau ok ein Bayonett alter 4 2 5 7 was na gut dann lassen wir das erstmal so alles voll alles voll alles voll alles voll das nehmen wir mit einmal runter vorwärts vorwärts ich will den gleich erstmal hier wegruppen hier mit dem Ding oder wir machen das leise da dann hoch insofern er hier griffbereit ist was ist er denn äh oh der geht da hinten das ist ja immer doof komm lass den in die Luft jagen benutzen wäre geil ne leider nicht äh gut hier sind haufenweise Feinde na dann wollen wir uns mal Gott wenn du Glück hast Glück hast das war der Helm hier oh oh okay ich habe hier ne scheiße position wo ist der andere Wenn du Glück hast Fuck Zack Danke Karl Au Stück vor Ja Hey Hier links von mir ist irgendwo einer Hallo Hier bin ich Ja Dann hol dir welche Ich hab auch keine mehr Oh sieben Schuss Lade nach Deckung geben Machen wir das so So Zack Ach nö Ach verflucht Na gut Mann Dieser Alarm Versort eigentlich den ganzen Tag Da ist er ja Steh doch mal Steh doch auf Junge Wir jetzt und sind Komm mal ein Stück nach links Ach hör doch auf Jetzt aber Doppelkill Bitte Immer noch nicht Doch Bäm Junge Ja Haha Ach verflucht Äh Hi Gott Okay das war echt blöd Machen wir da eine Sprengfalle Wir machen das jetzt mal ganz einfach Wir legen hier mal eine Sprengfalle Nimm die mit Gehen hier einmal lang Wenn du Glück hast Ist er tot Und Au Äh Wo Wo ist Rainer Dem Kran Au Au Hüfff Hahaha Oh Klack Da ist ein Sniper Habt ihr gesehen Na den holen wir uns Erstmal dich Irgendwo da oben In dem Fenster War ein Sniper Den krallen wir uns jetzt Definitiv Nein Oh Geh mir hier auf den Sack Junge Hä Noch einer Oder was Au wo denn Gott Wo wir uns verbinden Und sterben wir gleich Einmal noch bitte Aha Blutet Na das Ja Ich weiß das noch selber Wir brauchen Wir müssen einmal abhauen Wir brauchen schnell Verband Sonst War es das Oder haben wir noch irgendwas Verbinden Ja Geil Hehehe Da ist irgendwas Explodiert Wenn eine hätte So Komm doch Bahn Junge Und gleich beide Das haben sie nicht Kommen sehen Das haben die nicht Kommen sehen Genau so macht das doch Spaß So irgendwo war doch hier So noch Dieser dreckige Sniper Gute Frage Ist egal Irgendwo liegt doch hier noch einer Fähnglas raus Ich würde sagen Das war es erstmal In der nächsten Folge Werden wir Möller's Büro betreten Und Friedrich Kummler ermorden Ja Und bis dahin Würde ich sagen Gucken nochmal kurz Bei Fertigkeiten Oh Ein Punkt Äh Ja Was Was ist das hier Fokus Reichweite Wenn ich nochmal wüsste Wie man ihn aktiviert Munition plündern Ne Ertrappen tragen Und was ist das hier Granatenrückstoß Gut Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Macht's gut Auf Wiedersehen Ringehauen Ciao